Aus der Textbibel von 1906 Der zweite Brief des Apostels Johannes Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich liebe in Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns wohnt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es wird mit uns sein Gnade, Erbarmen, Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohne des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe große Freude gehabt, weil ich unter deinen Kindern gefunden habe, die in Wahrheit wandeln, wie wir Gebot empfangen haben vom Vater. Und nun wende ich mich an dich, Herrin, nicht um dir von einem neuen Gebot zu schreiben, sondern von dem, welches wir von Anfang hatten, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollet. Denn viele Irrlehrer sind ausgegangen in die Welt, die nicht bekennen Jesus Christus, wie er kommen sollte im Fleisch. Dies ist der Irrlehrer und der Antichrist. Seht euch vor, damit ihr nicht verlieret, was wir geschafft haben, sondern vollen Lohn davon habet. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Der in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als den Sohn. Wenn einer zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus und bietet ihm keinem Gruß. Denn wer ihm den Gruß bietet, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Ich hätte euch viel zu schreiben, wollte es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und von Mund zu Mund zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Der dritte Brief des Apostels Johannes Der Älteste an Gaius, den Geliebten, den ich liebe in Wahrheit. Geliebter, in allen Stücken wünsche ich, dass es dir wohlgehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich hatte große Freude bei der Ankunft der Brüder, da sie Zeugnis gaben für deine Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude gibt es für mich nicht, als dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu getan von dir ist alles, was du den Brüdern zumal den Fremden erweisest, die deiner Liebe angesichts der Gemeinde Zeugnis gegeben haben und die du wohl tun wirst, gotteswürdig zu befördern. Denn um des Namens willen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von den Heidnischen. Wir sind daher verpflichtet, uns solche anzunehmen, damit wir Mitarbeiter werden für die Wahrheit. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihm der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Darum, wenn ich komme, will ich ihm der Werke gedenken, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verdächtigt. Und daran nicht genug, die Brüder selbst nicht annimmt und noch die verhindert, die es tun wollen und aus der Gemeinde ausstößt. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist von Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat sein Zeugnis von allen und von der Wahrheit selbst. Ja, auch wir geben es. Und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich mag es nicht mit Tinte und Feder tun. Ich hoffe, dich aber bald zu sehen. Dann wollen wir von Mund zu Mund reden. Friede dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde namentlich. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68 beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit! Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5 beschrieben. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und reiche es an deine Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite fibelzeit.de einfach auf dem Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Missstände verschwinden nicht, wenn du wegschaust und weghörst, indem du dich narkotisierst. Glaube nicht den Abbildern des Bildschirmes. Sie bewirken, dass du auf Abwege gerätst, damit sich das Übel ungehindert ausbreiten kann. Durch den Bildschirm wirst du betäubt, damit du das Unheil zulässt. Merkst du nicht, dass du bereits in Flammen stehst? Willst du nicht erkennen, dass alles um dich herum zu Asche herunterbrennt? Kannst du nicht zwischen gesund und ungesund, richtig und falsch oder gut und böse unterscheiden?